Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Wir sind hier immer noch an der Arena. So, klack, klack, klack. So, und den Rest könnten wir hier mit abdecken. Schon haben wir eine gerade Fläche. Wie haben wir es jetzt hier gemacht? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt das hier. Wie sieht denn das so anders? Ich habe mich doch irgendwie schon wieder vertan. Das ist doch niemals hier die Mitte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ... So, es ist ja so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. ich will doch mal fertig werden kann doch nicht wahr sein dass es so schwer ist klack klack warum ging das jetzt so übel schief wieder ich hab doch gezählt und das ding ist jetzt auch bis zur kante ne ja das hat ja nur zwei arbeit innen drinne und das hat eine vier arbeit die bohren auch definitiv die brauchen war schütte ich lassen können es war klar also die vierer breite eins zwei drei vier hier 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 Mann, Mann, Mann. So. 1, 2, 3, 4. Nochmal sicher gehen. 1, 2, 3, 4. Jo. Oh, wir müssen unbedingt zu Futter anholen. Das wird zu dunkel in der N-Ecke. Zack. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, so hoch brauchen wir das Ding auch gar nicht setzen. Ich habe schon mal eine Idee, wie man besser ein Sichtfeld hat. So, wir haben noch mal was. Zack. Und jetzt gehen wir erst mal ernten. Möw. Möw. Mön. Möw. Möw. wer war denn hier schon wieder drin haben wir schon wieder hasen hier oder wann flabber der wieder ins bond ist kann ich auch sehen es gleich gibt es karotten bleibt ganz ruhig bleibt ganz ruhig so schweinies können wir auch mal wieder züchten die asen scheinen die felder aber nicht zu versorgen warum eigentlich die hacke gelassen bestimmt in der kiste oben hockey und die samen schmeißen jetzt weg und Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, Nachschub und ab ins Bettchen. Das Spinnaure können wir nochmal kurz ablesen. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.